Megan Markele wurde von Königin Kamillas Ex-Einrichterin die unverblümte Wahrheit über ihre Stilwahl erzählt. Exklusiv, Society-Stylisten Caroline Holden glaubt, dass Megan Markele den Baggy-Look mag, sagt aber, dass er nicht zu ihr passt und sie einen guten Stylisten braucht. Society-Stylisten Caroline Holden hat Megan Markeles neues Deluxe analysiert und erklärt, warum sie einen Stylisten braucht, nachdem sie jahrelang schlecht sitzende und weite Kleidung getragen hat. In einem exklusiven Gespräch mit Express.co.uk sagt Frau Holden, die früher Königin Kamilla in ihrer Rolle als Mitarbeiterin des Designers Patty Campbell eingekleidet hat und jetzt heiße Society-Namen einkleidet, dass Megan einen großen Fauxpas begeht, indem sie die Kleidung für sich sprechen lässt und nicht ihre Figur. Megan neigt dazu, ihre Kleidung für sich sprechen zu lassen und nicht ihre Figur, es gibt nicht einmal einen Hauch von Glanz, sagt Frau Holden. Sie sollte sich ihrer Körpergröße und Form entsprechend kleiden und ihren Stil zur Schau stellen, anstatt sich von den Outfits dominieren zu lassen. Die meisten Sachen, die sie trägt, sitzen extrem schlecht und sind schlabberig, und sie könnte von einem guten Stylisten profitieren. Punktkürzlich tauchten Berichte auf, dass die 42-jährige Megan manchmal mit dem Promistylisten Jamie Mizrahi zusammenarbeitet, sich aber oft selbst anzieht. 2015 setzte sich Megan Markele mit Josie und Christine Cavallari von Yahoo Style zusammen, um über ihre Modetipps zu sprechen, mit denen sie ihren persönlichen Stil verbessern kann. Als Megan gefragt wurde, wie sie ihren Stil beschreiben würde, sagte sie, für mich ist es immer noch dieses entspannte kalifornische Mädchen, ich sehe gerne gepflegt und gepflegt aus, aber es wird immer eine mühelose Qualität dabei sein, einfach weil ich aus La bin. Feminine und sexy, absolut. Und Rachel, ihre Figur in Suits, ich liebe ihre Kleidung, aber in meiner Freizeit trage ich keine Bleistiftdrücke, weil ich fünf Tage die Woche einen bei der Arbeit trage. Sie wurde dann gefragt, ob sie eine Regel habe, diese sollte jede Frau befolgen, die zuschaut, wenn sie ihren persönlichen Stil aufpeppen möchte. Megan antwortete, ich denke, das Wichtigste, was sie tun können, ist, etwas zu schneidern, egal, was sie in ihrem Kleiderschrank haben. Obwohl sie jedoch verriet, dass Schneidern ihr bester Modetipp war, scheint Megan ihre eigenen Regeln für ihr Givenchy-Hochzeitskleid nicht befolgt zu haben, als sie 2018 Prinz Harry heiratete. Ihr Hochzeitskleid soll ihnen helfen zu glänzen und der Star der Show zu sein, aber Megan entschied sich für ein weites, schlichtes Stück, das sie übertönte, sagte Frau Holden. Gerüchten zufolge hatte sie, Megan, zwischen der ersten Anprobe und dem großen Tag abgenommen, sodass keine Zeit blieb, das Kleid zu ändern, aber ich glaube, das ist der Look, den sie wollte. Das Kleid musste an der Taille enger sein und sich unter der Brust mehr verjüngen, um eine bessere Silhouette zu schaffen. Frau Holden weist darauf hin, dass Meghans schlecht sitzender und schlabberiger Stil eher ein Trend als ein einmaliges Ereignis sei. Am Sonntag wurde die 42-jährige Herzogin von Sussex fotografiert, als sie das trendige italienische Restaurant Trelun in Los Angeles verließ. Sie trug ein lässiges Outfit im Wert von unglaublichen 61.795 Pfund, darunter teurer Schmuck und eine Handtasche, die nach der verstorbenen Prinzessin Diana von Wales benannt ist. Meghan trug ihr 245 Pfund teures weißes Mika-Shirt der Los Angeleser Marke Anine Bing, dazu eine 150 Pfund teure Molly Jeans von Lalinier und 820 Pfund teure Ballerinas aus Lammleder von Chanel. Den Großteil von Maghans Rechnung machte jedoch ihr Schmuck aus, darunter Prinzessin Diana 17. 800 Pfund teure Ur-Tank-Francaise von Cartier Gold und ihr 5800 Pfund teures Armband Love von Cartier Gelb Gold. Ihr übergroßes Anine Bing-Shirt umhüllt ihre Schultern und erzeugt einen dicken, gerafften Ärmel, der beim Essen gehen alles andere als bequem aussieht, sagte Frau Halden. Es erdrückt sie, aber ich liebe die Jeans im Mumford, die an der Taille enger werden. Aber ein goldener oder beiger Gürtel hätte den Look abgerundet und den Goldschmuck ergänzt. Punkt Es sind jedoch nicht nur Maghans Hochzeitskleid oder die Outfit-Wahl vom letzten Wochenende, die die Herzogin von Sussex in schlecht sitzenden und weiten Designs zur Schau stellen. Frau Halden fasst zusammen, ich erinnere mich, als sie vor ein paar Jahren bei einer Hochzeit von Harrys Cousin ein Kleid mit kantonesischem Porzellan-Druck von Oscar de la Renta trug und es sah lächerlich aus. Es ließ sie wie eine Servierplatte aussehen, nicht wie einen zierlichen Beilagenteller. Punkt Auch in New York 2022 trug sie einen bärenroten Hosenanzug, der aussah, als hätte sie sich ein Weihnachtsmann-Kostüm geliehen. Er stand ihr kolossal. Es gibt so viele weitere Beispiele, aus denen man wählen kann. Ich glaube, sie mag den Baggy-Look, aber er steht ihr einfach nicht. Megan braucht einen guten Stylisten. Ich glaube, sie hat einen guten Stylisten. Also wer sind mit dem Verletzfen, die auch einen guten Stylisten ganz die Schauieme derlussten Northeum davon verarbeiten, ich habe einen guten Stylisten, den Knie dernommen,